4. Runde, wir sind in der Viewing Party Chat. Das ist die letzte Chance, sich fürs FNCS zu qualifizieren. Mit am Start. The Deal, The Neal. Es müssen sich noch qualifizieren. Vico, Stompy, Karma, Vortex. Müssen sich noch so einige von den Deutschen qualifizieren. Free Mock, Buback, Entretter. Ja, ich glaube, das sind fast alle. Wenn ich jetzt hier so durchgehe. Reizen Painer, ja, die auch noch. Was würdest du sagen, wegqualifiziert sich noch über einen Win? Win, sehr stark würde ich sagen. Free Mock, denke ich. Ja. Ja, das war's auch ich. Würde ich dann nicht. Ich glaube, Reizen und Painer auch noch tatsächlich. Das machen die ganz oft. Clement. Oh, Clement. Aber das ist Painer und Reizen, zeig mal her. Oh, Reizen ist dead. Er hat halt so wenig Metz, ne? Ist alleine komplett. Gehen wir mal rüber zu Wolfis und Asa. Wolfis, Asa, 4 killt schon. Digga, wenn Clement nicht callt, ne? Das wäre das erste Mal, glaube ich. By the way. Ja. Der ist 14 Mal callt. Auch so wie Yannis, ne? Und Mr. Service, glaube ich, auch. Ja. Das war auch natürlich gesehen anscheinend. Sorry. Er wurde einfach getaggt, aber konnte trotzdem weiterfliegen. Ja, er wurde getaggt, ne? Bevor er geflogen ist, glaube ich. Ja, das war's. Ja, das tut. Oh, wie nervig. Oh, wie dumm. Jawohl. So, du merkst. Schau mal, Beko da noch lieb. Digga, Till ist auch nicht cold. Das war doch der kleine Mann. Ja, Till ist auch nicht cold. Stompy dead, was? Ja, gehen die aber. Nein, nein. X macht das super. Boah. Schöner Hit jetzt. Ja, wie cool. Ja, bist du flexen. Halt noch kurz zu. Boah, schön. Schön, jaixi. Aber er hat viele Mats gewasen. Aber egal. Nein, die missen nicht. Man wastet, man kann nicht, ob er spielt, aber erstes Moving, alle Mats wasten. Und zweites Moving kann man ein bisschen mit anderen Mats spielen. Weil da läuft die Zone langsamer. Boopies. Ja? Guck mal, er ist so gut. Er ist aber eh schon schlecht. Guck's an. Als ehrlich du schon schlecht. Ja, ja. Du dead. Du und Stompi jetzt dead, chat. Nein, jaixi. Oh, nee, Digga. Guck's an. Guck's an. Macht er gut, macht er gut. Zeig mal her, zeig mal her, wie du Till holst. Zeig's mir, zeig's mir. Oh, Till V1. Nice, sehr schön. Boah, die Zone pullt so doll zu ihm. Das ist gut, wenn er runter droppt. Ja, nice. Bleib komplett runter. Geht da. und das ist jetzt sind sie das letzte du das war's und das war das ist viel zu leicht gewesen wow 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 ein drei kill win chat und damit ist dieses system mal wieder ausgehebelt worden von high chris und vortex dickes fettes dg winner pov okay chat einmal alle 1 rein seite laut das bestimmt so eine schlechte links von denen so eine schlechte reaction bei denen diesen beide schlaftabletten endlich vierte runde ist durch hard find qualit comeback qualit vortex und high chris kaum schalten wir ein sind die qualit ggs und der wakan und die wis von consistency her auch noch mal sechs teams rober kammer swag fork pixie paradise und der gute alte jayxian und wiko die wenn alle gerade durch consistency drinnen das ist der letzte 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 qualifier chat by the way wusstest du dass manuel akanji ein eq von irgendwie 140 hat oder so der ist übel schlau dicker der ist auch extra smart ist halt schweizer was will man sagen der kann dir halt inseln sagen was so wie heißt das keine ahnung du sagst du so 400 mal 7405 oder so der sagte das ist auch schöner kill von ju ja 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 we play oh mein gott oh mein gott was machen die denn da die haben kein gehirn oh mein gott was ja smg mitnehmen clever die brauchen kein search mehr die brauchen kein search mehr ich würde mir das sehr wünschen die punkten die aber auch alle gerade was sie brauchen ok let's go chat vorletztes late game das sind ja mal geile side jumps aufgeh!!!! stopy cold 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 stopy Oh, Stompy, One-Shot. Stompy, One-Shot. Tick, Picker. Ja, Stompy ist dead. Stompy ist dead. Ja, doch nicht cold. No, aber Splash ist... Ja, aber doch nicht cold. Ja, aber er kann vielleicht alleine spielen. Ey, warte mal. Hätte er ihm das Madness gejobbt, ne? Und er wäre dann gestorben. Hätte er das vollbekommen? Ja, ja. No way, Picker grieft in cold. Picker, er hat das gecallt. Oh, Painer und Reizen. Oh, Zeig ist mir einer der wenigen Solos. Ja, aber es ist halt so schlecht, ne? Ja. Oh mein Gott. Reizen, Reizen, Reizen. Reizen ist tot, glaube ich. Reizen wird jetzt sterben. Ich glaube, er hat ihn. Eklig. 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 Aber lieber widerlich, als widerlich, Chad. Die haben das, die haben das. Die haben das. Oben wird gefeitet. Oh. One v, one v two. Vaniak. Das ist Vaniak. Ach du Scheiße. Alle bloß nicht Vaniak, Digga. Alle bloß nicht Vaniak. Aber er hat auch nur eine Aug, ne? Das kann halt schon einen Schall an für die. Und er hat einen SMG. Und die wollen Madge poppen. Poppt der Madge den dann hoch. Das auch den anderen für dich arbeiten. Was machen wir? Hä? Poppt doch der Madge den bis Monsters, Bro. Ja, kann er Mads mehr? Hat er oben Mads? Er hat Mads. Nice, die sterben beide an Zone. Er trifft nicht. Das ist der Throw. Das ist der Throw. Die Throw das. Das ist der Throw. Das ist der Throw. Das ist der Throw. Das ist der... Die Throw das. Das ist der Throw. Nein. Und die kommen jetzt stressig deswegen nicht. One v two. Ach du Scheiße. Und Vaniak klatscht hier one v two, Digga. Mit Carmi. Guck mal hier. Er ist alleine. Holt sich einen wieder. Digga, one v five hat er gemacht. Er hat ein one v five gemacht, Bro. Das gibt es nicht. Er ist der Beste. Er ist der Beste mit einem one v five. Aber manchmal scufft das auch. Manchmal scufft das auch. So, Wyatt. Jetzt ist der Moment, wo man chillen muss. Man muss immer so ein bisschen vorgehen. Nicht ganz bis nach hinten, aber weißt du, so ein bisschen. Nice. Und Mads. Und Mads. Alten, Alten. Und Zone gepulscht. Keiner. Ja. Oh. Das ist ja mal wichtig gewesen. Letztes Late Game Chat. Letzte Chance für FNCS. Und hinter ihn. Vico one shot. Einer ist noch in der Zone. Oh nein. Ja, Xian ist dead. Und Vico dead. Fremok und Karma. Äh, Fremok und Karma haben wir beide gesehen. Als ob Vico jetzt nicht callt, deswegen. Die sind schon nicht callt. Ja, das ist auch toll nicht callt. Two calls. Aber deswegen. Reicht das? Das ist schon over, Chat. Oh mein Gott. Wenn die Edge so ein Pullen. Aber das Pullen. Das Wasser ist schon zweimal zum Wasser gepullt. Aber ja. Stompy High Ground, Chat. Stompy und Jew High Ground. Sie haben sogar noch einen Flopper. Wie viele Mads haben sie? Ja, sie haben schon wieder nicht so viele Mads. Ah. Stompy. Wash Mechanics. Stompy. Stompy. Das ist Wolfies und Aser. Oh, Wolfies. Ist der Solo, aber. Er hat hier. Er hat kein Kempgefühl, bitte. Ich spiele Solo aus. Er spielt Solo. Er spielt Solo, er spielt Solo. Oh mein Gott, Stompy, ich spiele auch Solo aus gleich, Digga. Das sind gute Punkte. Ja. Fuck, ich habe ein Call für Grants. Oh, Stompy dead. Jew alleine. Digga, Jew muss safe nochmal so 15 Punkte rausholen. Auch süß. Oh, oh, runter mit dir. Nein. Bitte, Jew. Keine Mads. Ich entwinde, stehe. Doch, Erdmets. Digga, bitte ist doch ein Flopper. Er ist nicht, ich ist Flopper, Digga. Es ist Full-HP-Karma. Wo ist ein Karma? Karma dead. Karma dead. Digga, was passiert hier gerade? Oh. Karma vielleicht auch groß. Das ist eine gute Rotation. Ja, 2-0-4-Max. Sehr gut, nochmal ein Placement-Point. Keine Mads. Triple hoch oder so, Bro. Nee, das ist dumm. Töten, töten, zwei Punkte, zwei Punkte, töten. Einfach ihn töten. Nein. Egal, Placement, Placement. Das war Top 3. Ja, das war's. Ja, Brobapp gewinnt die Runde. Ist vorbei. Ja. Chicken Wings und Kirby. Gegen Robb, Kebab. Und Voxi. Das ist over, Chat. Das ist over. Die werden jetzt gefickt, was wir brauchen. Oh, ja. Das war ja quick. Das war quick. Das war quick and clean. Quick and dirty. Die waren Consistency auch weiter oben. Die haben die Runde gezogen. Maybe Colt vielleicht Voxi. Oh, scheiße. Wir müssen reinschauen. Wir müssen reinschauen, Chat. Sechs Leute durch Wins qualified. Sechs Leute durch Consistency. Und wir gehen jetzt in die Standings und gucken uns das Ganze an. Wir können ja auch nochmal gleich alle Teams durchgehen, die Colt sind. Und also, Hardfind, Comeback, Kami, Robab, Kebab, Highchris und Vortex und auch Vakan. Das sind die Leute, die sich Colt haben durch Wins. Und jetzt haben wir Karma. Karma Colt durch Consistency. Swag Colt durch Consistency. Arty Colt durch Consistency. Freemok hat's auch noch reingeschafft durch Consistency. Purchava hat's reingeschafft durch Consistency. Und das letzte Duo. Meine lieben Damen und Herren da draußen. Dass sich Colt durch Consistency ist... Oh, scheiße. Oh, mein Gott. Was? Was? Ich hatte 24. Oh, was? Was? Weil der nichts gewonnen hat, Robab, Kebab. Hals, Maul. Ja. Ja, Vito. Ja, Digga. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Mach ich nicht gut. Ja. Ja. Oh, mein Gott. Ey, ihr wart so unlucky mit Sounds, Digga. Oh, mein Gott. Und ich guck jetzt, wer 13. ist. Ja, wer ist 13. Nein. Ah, die Polen. Terry. Er heißt Kirche oder so, Digga. Vicky Stompi nicht Colt. Oh, mein Gott, Digga. Das darf nicht passieren. Digga, was? Das darf nicht passieren. Wegen dem Finish. Hätte er den Finish gecult, wären die Colt, by the way. Digga, das ist geil, shit. Also, natürlich ist es geil, dass Vico sich Colt hat und Jaxian, Stompi und Ju, unlucky. Unlucky. Go next. Digga. Let's go! Let's go! Let's go! Oh, mein Prinz! Oh, mein Gott! Leva, Leva, Leva! Leva, Leva, Leva! Ey, wo sind die? Wieso weißt du nichts über dieses Bootcamp, oder? Also, ich bin ein alterter, ich sehe mich oder so. Wir nehmen die aus. Vielen Dank.